18 Ja 20 Ich kann mir das nicht länger ansehen. Wann zieht ihr endlich in ein richtiges Kino? Dieses Programmkino, das ist doch ein sinkendes Schiff. 20 Ja Ich bin jetzt in einem Kinemax. Scheiß Kino 10 Seele Alle Süßigkeiten, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es wahre Filmkunst. Neulich habe ich da einen tollen Film gesehen. 22 Ich bin weg. Ein Meteorit rast auf die Erde zu. Mehr als 22 Der Meteorit rast also auf die Erde zu und alle Menschen gucken hoch und sagen Das überleben nur die Ratten. Das überleben nur die Ratten. Also denke ich an eine Komödie mit Happy End. Mehr als 22 Oh ähm 50 Geck Okay Der Meteorit rast Hast du schon gesagt Und dann soll ein Typ hochfliegen und versuchen das Ding in die Luft zu sprengen. Wird ganz toll gespielt von diesem ähm Bruce Willis Genau Du kommst raus Hm Grand Hand Auvers Er hat's Ich muss mal Ja Na und dann gibt's noch die Tochter von Scheiß Multiplexer Und die sieht auch toll aus. Wisst ihr Na ja und dann gibt's da ein Typ und der hat was mit dir am Laufen. Aber du musst mal an Ja Du kannst mit den Kindern Du wirst da